Tag, liebe Community! Moin Moin! Ja, hallo! Wir haben ja das tolle Quiz mit euch gemacht zum Tag der Deutschen Einheit und ihr wartet ja immer noch sehnsüchtig auf die Gewinner und dafür ist genau heute der richtige Tag. Wir haben extra die Los-Fee heute hier von GAMIGO mit zu uns genommen, um die Gewinner auch gebührend zu präsentieren. Hier seid ihr alle drin. Die Los habe ich gekocht! Oh lecker! Nicht, dass ihr denkt, dass bei GAMIGO noch gekocht wird. Also ab und zu erstmal, wir haben ja extra ein paar Brötchen hier. Als Maskottchen haben wir die Tracy mit dabei. Das ist unsere liebe Tracy. Die wird euch viel Glück bringen, hoffentlich. Ja und dann fangen wir einfach an mit dem ersten Los. Wir sind ganz gespannt, was unsere liebe Los-Fee. Wir sind hier mal so durch. Soll der immer so umrühren. Da ist nochmal eins. Mehr wird es sein. Wirst du es vorlesen, oder? Und es ist... Es ist... Zyrex! Zyrex! Mit Ypsilon! Juhuuu! Herzlichen Glückwunsch an dich! Genau! Und was geht raus? Das Fan-Paket? Was geht raus? Genau. Unser Fan-Paket haben wir noch heute vorgestellt. Da kommen wir uns mal so über dich rein. Natürlich einmal diese tollen Blumen-T-Shirts mit Vorder- und Rückseite bedruckt. Und wenn du mal so freundlich bist. Zyrex! Zyrex! Eins von diesen Mega-Postern. Da freut sich doch jeder drauf. Also das ist doch ein qualitativ hochwertiges Zeug, was ihr da gewinnen könnt. Das sieht doch stylisch aus in jedem Zimmer, Mensch. Glückwunsch an dich, Zyrex! Ja, Nummer 2 bitte, liebe Nullesfänger. Mit Augen zu. Mit Augen zu. Soll ja mit Fernmitteln entstanden gehen. So. Und die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Es ist... Der Star-Sturm! Juhuuu! Jawoll! Der Star-Sturm Nummer 2 von der Gewinnerung. Herzlichen Glückwunsch an dich! Herzlichen Glückwunsch! Auch an dich geht eins von unseren tollen Fan-Paketen. Ich spalte die mal hier so aus, damit man die oben nach hinten sieht. Hm? Ja. Last but not least. Nummer 3. Ja. Juhuuu! Juhuuu! Spannung steig! Der Gauri! 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 Herzlichen Glückwunsch! Auf Wiedersehen nochmal! Und... Ja, was soll's. Wir haben einfach alles auf die Kacke heute. Und... Ja. Leute, noch ein kleiner Hinweis, warum ihr jetzt denkt, dass ihr vielleicht gar nicht dabei seid. Also so Leute wie... Die halt zum Beispiel... falsch geantwortet haben, wann die Berliner Mauer fiel. Das war natürlich nicht der 3. Oktober. Sondern der 9. November. Und ähm... Entsprechend seid ihr dann eigentlich nicht dabei. Wir werden euch... Noch ein paar Antworten auf unsere Fragen... in 2 Uhr bestellen bestimmt. Und dann... Und dann... Eigentlich noch... Auf jeden Fall. Also... Das ist ja auch... Ne... Ein bisschen was... Ein bisschen was... Muss man schon wissen. Ja. Und äh... Die 3 Gewinner hier. Wir lesen sie nochmal vor. Immer der Gauri. Der Gauri. Glückwunsch Gauri. Glückwunsch Gauri. Thomas Sommer hier. Den hier. Der Starstorm. Und... Syrex. Genau. Ihr dürft euch freuen über die 3 Fanpakete, die euch in den nächsten Wochen zugeschickt werden. Und... Ja, das war's von unserer Seite auch. Ja. Viel Spaß damit. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.